moin leute kolas hier willkommen zurück zu battlebett remastered heute ist mal wieder mg zeit bzw erstmal c4 zeit die weekly ist draußen und ich habe neu prestiget heißt ich habe wieder nicht so viele waffen zur auswahl darf ich noch nachladen wäre ich sehr verbunden hat der genau in der zeitraum hier rein geguckt ich dachte er ist er hatte krasse augen aber ok mein team mit denkt sich einfach höher ich glaube drüber schade gut eventuell hätten sie sogar noch reviviert hätte ich vielleicht noch warten können aber man kennt mich ja ich sammle gerne tode wo wurden wir erschossen also von wo nicht wo hier drin ich begib mich mal an der mission mich schnell unkomplüßt nicht gut 3 möglichkeiten auf kills haben wir noch ok packen wir hier mal kurz einmal und dann haben wir fd haben wir auch da vorne ist ein gegner und da war schon wieder ein sniper auf der rechten seite aber schon wieder ein sniper alles voller sniper hier wieder da ist ein gegner und schluss schaffe ich das doch an die muss ich so rausnehmen gerade auf ein c tut kommt jede scheiße kommt so hoch aber die ecke nicht wir brauchen noch ein paar c4 kills bietet sich einer freiwillig an frontal auf dem gegner zu laufen mit c4 ist so eine sache kann man machen muss man aber nicht ihr seht mich nicht ich habe keine waffe in der hand ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht also man muss halt sagen echt kodiak ist eine voll coole map die gefällt mir echt gut schwirig noch man oh fuck dass ich den noch gefällt geholt habe ne der niemals hätte ich das schaffen dürfen das spricht echt nicht für ihn muss ich echt sagen mach mal hier mal ein supply point eben hin ich möchte nämlich nicht so gerne verbluten außerdem bräuchte c4 ja komm 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 schade und try so wo laufe ich denn überhaupt hin ja da brauche ich eigentlich nicht ich kann richtung d wieder gehen da kommen sowieso grad markierungen rein jo wat ein fail junge der hat mich so gut gehittet und dann hat er es voll verkackt bei seinem job eee auch wieder so ein ding spricht nicht für ihn Oh, drei C4-Kills, Junge. Beziehungsweise vier mit dem davor. Da macht es Bumschallera. Ist hier eine um die Ecke? Ich dachte, ist hier eine um die Ecke? Nicht gut. Da war eine um die Ecke. Schön. Der C4 sehr gut funktioniert, ey. Boah, die Ecke fühle ich so gar nicht, ne? Das ist, glaube ich, die schlimmste Ecke überhaupt, die es auf dieser Map gibt. Okay. Die waren auf dem Suicide-Trip. Ich hole den mal. Jo. Oh, fuck. Nicht gut. Habt ihr schon gesehen? Ach, Mann. Oh. Fuck. Naja, vielleicht werden wir revived. Ich warte mal. Ausnahmsweise. Ja. Nice. Oh, gut. Habt noch. Aber oben drüber kam einer. Ach so. Ja, ist ja gut. Danke. Bitte. Das Pausenbrecht. Oh, ne. Oh, ne. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Okay. Oh, scheiße. Der kommt noch mal ne Runde. Ja. Ach so. Nur zwei. Fuck. Ich dachte, es wären vier gewesen. No. Das gute ist, wir haben C4 und Support-Klasse abgeschlossen. Oh, ich hab noch nicht resupplied. Na gut. Aber wir können wieder normal spielen. Heißt. Wir unterstützen gerade mal unser Squad. Wir lassen ihnen gleich mal ne Kiste da, damit sie sich selber resupplyen können. Oh, fuck. Der Bipod bugte. Nur weil der Bipod gepackt ist. Ah. Kann ihm auch sein. Okay. What? Wie viel hält denn der aus? Kann nicht wahr sein. Ich glaube, so von unten nach oben von oben nach unten spielen ist nicht so meine Welt anscheinend. Hi. Ich habe außersehen Vollauto ausgehabt. So eine Kacke. Ich muss mal kurz... Na komm. Hol den Verbindeten. Scheiße, Mann. Oh, ne. Ui, ui, ui. Was war denn das? So. Der hat nicht viel können bewegen, aber ich auch nicht. Oh, Mann. Was ein Chaos. Ah. Ein Traum. Können wir was neu spielen? Ja, wir haben eine AK-Frei. Nehmen wir doch mal eine AK mit. Die muss ich eh noch mal ein bisschen mehr spielen. Aber AK ist zwar nicht so meins, wie ihr ja wisst, aber... It is okay, I guess. Äh, ne, 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 ja. Oder? Ja, nehmen wir so. Underbara, nehmen wir jetzt. Der Weg, äh. So. Darf ich bei einem von euch spawnen? Ja, darf ich. Nein, darf ich nicht. Darf ich doch. Darf ich nicht. Darf ich doch. Darf ich nicht. Darf ich doch. Darf ich nicht. Darf ich nicht. Darf ich nicht. Oh, Mann. Die ist dead inside. Ich klaute einfach meinen Kill. Hier auch noch wer. Ja. Ganz oben wer. Ja. Oh, okay. Oh, ne. Nicht gut. Dass ich das überlebt hab, alter. Der hat Einsicht gehabt. Auch von der hinten. Ja, gut. Scheiße. Langsam und sicher und dann mal gucken. Okay. Okay. Sieht Klios. Machen wir hier ein auf Supporter. Wobei, apropos Supporter. Wir müssen die tausend mal voll machen. Auf. Der konnte einfach durchziehen. Hat uns alle weggeworzt. Nope. Nope. Aber wir halten den Punkt. Hoffentlich. Habe ich es gerade gejinxt? Ich habe es gerade gejinxt, oder? Ich habe es gejinxt. Oh, fuck. Komm. Könnt ihr mal aufhören? Oh, ne. Der Sniper lässt mich nicht mehr weg. Sind echt da hinten. Sau. Ach, komm. Das wäre weder C4 Time R gewesen, ne? Und ich habe es gejinxt. Verdammt. Dann gehen wir mal F an. Halsschussfrequenz ist nicht so das Wahre, ne? Oh, komm. Schon wieder ein Sniper. Mann. Ich will doch nur leben. Ah. Kann nicht mal sein. Okay, jetzt die Spot haben wir wieder. Komm, irgendwie, irgendwie müssen wir an den Sniper vorbei. Ach, komm. Alter, wie viele Sniper sind denn da? Kannst du keinem erzählen? Schon wieder. Boah, Alter. Boah, Alter. Ich bin hier ein Sniperville. Ich sammle gerade nur Tode, ne? Oh, ne. Nicht gut. Okay. 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 einmal nachladen kurz direkt wieder dieser begrüßung sniper schoss schon wieder ein sniper und tank wird gerade nicht einfacher kannst du ein stückchen nach vorne fahren ok i guess not my kill kann ich hier ok er kommt schon runter die klären rechts ich guck mal links hier ist auf jeden fall was dann schon wieder die sniper schüsse vielleicht krieg ich ihn noch manches mal muss man auch einfach mal ein bisschen schneller agieren victory 37 14 dafür dass ich ziemlich viel bullshit auch gemacht habe war solide runde würde ich sagen oh gott nee aber diese sniper ecke wie oft ich da einfach verreckt bin und nichts machen konnte ne na gut ich wünsche euch noch einen schönen tag bis denne adios ciao wow 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 ich bin Vielen Dank.